Roboter und Förderanlagen sind immer in Bewegung. Das zieht und zerrt nicht nur permanent an den Kabeln, sondern sorgt auch für ständige Vibrationen an Anschlüssen und Durchführungen. Damit die Kabel dennoch sicher geführt und Durchführungen von Zugkräften entlastet werden, hat Pflitsch viele unterschiedliche Lösungen entwickelt. Und wenn Signale und Ströme ohne gegenseitige Beeinflussung den gleichen Weg nehmen sollen, sorgt eine saubere Trennung dafür, dass sie sich nicht zu nahe kommen. Mit seinen durchdachten Produkten für Roboter und Automation fördert Pflitsch moderne Produktionsprozesse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017